So, tut mir leid, weil das Altersstuhl möchte ich schon gerne korrekt abregeln, damit die Leute ihren richtigen Pokal haben. So, jetzt kannst du dein Gesamtsied machen und sprichst. Mach mal einen Schritt nach rechts, dass die Nadia in der Mitte ist. Also praktisch an dem Kreuz in der meisten Linie noch mal ein bisschen weiter. Eine Futterdrehung nach rechts. Eine Futterdrehung zur Brücke in der Sicht. Gemeinsam zum grünen Hintergrund. Eine Futterdrehung nach rechts. Und nochmals eine Futterdrehung zur Freude in der Sicht. Gemeinsam zur meisten Linie vor Ort. Wir wechseln einmal die Aktion in die 36. Eine Futterdrehung nach rechts. Eine Futterdrehung nach rechts. Eine Futterdrehung zur Brücke in der Sicht. Eine Futterdrehung nach rechts. Eine Futterdrehung nach rechts. Eine Futterdrehung nach rechts. Und zur Vorderdrehung. Und zur Vorderdrehung. Und zur Vorderdrehung. Danke schön, meine Damen. So, die Kampfrichter haben entschieden, der Gesamtsieg steht fest mit 6 zu 1 Kampfrichterstimmen. Das bedeutet, sie sind insgesamt 7 Kampfrichter, jeder Kampfrichter verdient seine Stimme für eine der Damen. So, die steht fest, das ist die Startnummer 18, Vanessa Alcuna, Künstler Spindersprache und heute wieder den Gesamtsieg mit Sönstum, Holger und Kanzler. So, ich hoffe, ihr seid alle noch fit und geht jetzt mit den Jungs weiter.